Hallo und herzlich willkommen, schön dass ihr euch eingeschaltet habt. Heute machen wir den zweiten Boss. Kurzes Tutorial oder Guide, wie auch immer. Ich hoffe mal, dass der jetzt nicht so schnell wieder tot ist, wie der andere, vorher. Aber schauen wir mal. Erstmal den kleinen Sammerreich herausnehmen und dann haben wir den Ox Demon. Der Ox Demon ist... So, da muss ich kurz in meine Liste schauen. Der ist schwach gegen Feuer. Das heißt, wir werden, wie immer hier... Natürlich ist es immer wichtig, dass ihr die Elemente habt. Sonst funktionieren die Fights echt nicht gut. So, wir skillen hier also Feuer. Den Ox Demon gibt es eigentlich nicht so viel zu beachten. Der hat so ein paar Attacks. Hinten aus seinem Rücken kommt Gift raus. Das ist vielleicht wichtig zu wissen. Und genau da kommt nämlich Gift raus. Also Poison. Ist natürlich nicht so geil, aber nichts Besonderes. Und jetzt... Gehen wir einfach heben. Okay, da haben wir ein bisschen kassiert. Wenn er hochspringt, muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Aber genau. Das ist eigentlich alles, was Team nur sagen gibt. Er hat Poison hinten. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten kann man ihn easy legen, wenn man einfach Feuer dabei hat und sich nicht erwischen lässt. Auch einer der einfacheren Bosse. Okay. Alles klar. Dann sehen wir uns morgen beim nächsten Boss wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschau. Tschau.